Ja, liebe Leute, was geht ab? Jetzt hier zum nächsten Video. Viele Leute haben gefragt, warum kommen von dir keine Videos? Warum hört man nichts mehr von dir? Und ich habe einfach mal ein bisschen Auszeit gebraucht, Auszeit von vielen solchen Medien, Plattformen, um einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen. Ich habe viel Energie jetzt dabei für das Jahr 2024 und habe viele Pläne, was ich mit euch umsetzen möchte. Und ich würde mal sagen, ja, seid bei jedem Livestreams, seid bei jedem Video dabei, weil es wird ein anderer Content diesmal herrschen und nicht so diesen Content, was ich ganz Zeit hatte, sondern dieser Content24 wird ein, ja, wird einer von den besten. Ja, dabei werden andere Leute sein, wo wir mitmachen würden, dann wir werden anderen Content produzieren, indem wir halt mehr draußen sind statt drinnen. Also ich werde halt versuchen, so viel Content zu produzieren für euch, ja, nicht so wie 2023, sondern ein besseres Jahr für uns alle, dass ihr ein bisschen mehr wisst, was wir so machen im Hintergrund, ne, dass ihr bei jeder Sache dabei seid. In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gerne dabei für die nächsten Videos, ja, jeden Tag ein Upload-Video und ich würde sagen, wir sehen uns, bis morgen, ciao.